ja hallo da bin ich wieder die rivale und ich bin in Frontline reingegangen dachte mir ich mache so diese Aufnahmesession mal von jedem Modus ungefähr eine Folge mal gucken ob ich dann Battle Royale mache oder nicht weil ich weiß nicht ob ich das schon bereit dafür bin ich gehe mal wieder in Team Blau rein spiele meine rivale meine dritter und ja wie man sieht gibt es jetzt hier links in der Mitte links vom Bildschirm change mercenary bm change change oh das ist cool auf jeden Fall was ich sagen wollte es gibt jetzt in der Mitte links naja tipp also nicht tipp sondern ein mini steinschlag ein mini tutorial ja hinweise was meine Tasten drücken kann genau oben links steht regard welche Funktion ich angehöre und was ich gerade machen muss auf jeden Fall das Spiel hat sich so etwas verändert dann wie viele sind wir hier keine Ahnung 24 und 24 ok ich hoffe es deckt nicht zu sehr ja attacke und sei ja mein erster kill nach Monaten Mann Mann was mache ich denn wieso blocke ich denn wenn ich nicht muss okay oh weia oh weia ich hoffe die aufnahmen leckt nicht reaktionszeit gleich null nach ok 5 gegen 1 da muss ich jetzt nicht auch noch mitmachen boah war das knapp ok 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 naja ich weiß nicht ob das so ruhmhaft ist einen unbewaffneten zu töten eigentlich nicht gut das war nicht wirklich können weil was schmeißt denn mit bomben die ganze zeit naja gut fast fast war das mein kill entschuldigung mit ner faust ach man das gibt es nicht oh da haben wir einen katapulti bulti los 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 ho da verbarrikadiert sich der bo- äh der bogen der katapultist Gefährlich ist das Teamplay, sehr gefährlich. Eilig, hopp, valla. Okay. Okay. Oh man, von hinten. Ich wurde umziehen. Mano. So viel ich über Mordhau in Erfahrung gebracht habe ist, dass man, wenn man umzingelt ist, so gut wie tot ist. Da hilft auch keine super duper Schaolin Technik. Kampftechnik oder so, ne. Oh Scheiben. Entschuldigung. Oh. Hä? Waaah. Ach komm, nimm die Waffe. Ich hab... Ja gut. Ich hab keine Ehre dabei, wenn ich jemanden ohne Waffe töte. Das klingt nicht sehr weit, sondern leer gespielt. Oh. Haben die hier gebaut? Äh. Nein. Eh. Ohja. 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 ja auch wenn das eher drücken gestochen war aber hey ein kill ist ein kill ein vernünftig guter kill ist ein vernünftig guter kill was ist mit diesem feurter eigentlich warum soll er gekickt werden ok das ist scheinbar ein bisschen toxisch ich bin zwar vielleicht noch kein guter kämpfer aber ich mache gut meine sache was war das denn aber hey wir haben gesiegt ich habe gesiegt gesiegt wow wieviel xp waren das gerade 9 minuten habe ich daraus eine folge oder nicht habe ich daraus neun minuten ich weiß nicht ich glaube nicht ich mache einfach lieber noch eine folge und dafür aber eine ganze runde würde ich mal sagen ok und bis dahin schau oder gehabt euch ruhe